Hallo und herzlich willkommen zurück zu Milton, der Magier in Infinity Evolve Minecraft, oder so ähnlich. So, wir waren dabei ein Häuschen zu bauen. Und da sollst du nun auch weiter gehen. Hm, wir brauchen Steine immer. Stein, Stein, Stein auf Stein. Habe ich auch noch Steine? Wahrscheinlich nicht. Vermusssteine habe ich noch. Noch ein paar Steine davon. Habe ich noch eine Treppe hin? Keys? Oder Treppen? Äh, näher. Hier brauchen wir schon normale Steine. Ach so, das war ein Ofenkartoffeln. Ach, hier waren wir nicht. Muss ich erstmal sortieren irgendwann mal. So. Theoriten haben wir noch ein bisschen. So. Das ist doch schon mal gut. Steine ist ein bisschen wenig eigentlich. Vielleicht könnte man... Drei Eisen. Drei Eisen. Noch einmal drei Eisen investieren für's Hacke. Hohin noch ein paar Steine. Und vielleicht finden wir noch schöne Dinge. Gold ist nämlich auch Redstone. Redstone ist nämlich das... Ach, warum auch immer. Wollen wir nicht abwolle Eisen sagt. Ach, da, ja. No. Silber. Wenn wir in diese Richtung buddeln, noch ein bisschen hier. Und dann einfach mal rechts rum. Würde ich sagen. Ach so. Natürlich wieder diese. So ein bisschen Steine oder das Eisen. Natürlich noch mit. Ah, mit der Eisen geht's halt immer schneller. Oh, hier, ne? Hier ist schon... Also, hier, ne? Da haben wir jetzt hier was. Genau hier. Ich komme doch von hier. Das ist einfach so eine kleine Höhle. Wo ist doch hier auch? Na, angeblich. Genau in die Richtung. Oh, genau hier. Was habe ich gekriegt? Ja, warum ist das? Ja. 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 aber erst mal für heute reichen das meinte steine gold eigentlich alles was das herz begehrt bis auf eine sache erfolg hier folge es gibt So, ich brauche 28 Treppen 28 Treppen Ich habe mir hier reingefallen, dann kommt man hier hoch, muss ich hier weiter gehen, heißt ich müsste ja Und dann kommt man hier hoch. Also, ich habe hier die Treppen. Und dann kommt man hier hoch. muss ich mir nochmal hier was für überlegen ich hätte hier auch noch rechts rum müssen ich hätte hier auch noch rechts rum müssen ich hätte hier auch noch rechts rum müssen ich habe noch mal gucken wie ich das hier gemacht habe das ist ja 2 hoch dann kommt auf jeden Fall nur eine Schicht darüber hier 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 dann habe ich ja eigentlich gesagt hätte ich gerne nochmal so ein Zwischenmauerstück das heißt hier müsste das jetzt noch ein höher sein hier 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 und dann wäre das das Zwischenmauerstück ich meine nämlich dass hier ja genau das ist nämlich so und dann liegt da oben die Decke drauf so und hier liegt die Decke drauf heißt es geht auf jeden Fall noch ein höher jetzt hier liegt dann die Decke drauf hier 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 das werden die decke dann ist es aber ja noch ein höher gehen weil da der fußbohren drauf kommt aber eigentlich auch noch nicht mal das wäre das zwischenstück darauf kommt dann der fußbohren der muss aber da sein naja es wird auf jeden fall möglich könnten wir noch schaffen in der zeit könnten halt hier nochmal ein paar gläser einarbeiten hier auch ganz langsam gestalt an das haus zweite ebene fertig ist kommt nämlich hier drauf dann das dach dann ist das haus erstmal an sich fertig das erste das wohn schrägstrich küche sich hier kommt die küche rein weil ich hier auch erstes hier ist so die werkstatt das wohnzimmer hin ein paar brummeln frühstücken so hier wächst das auch schön der mit platz zum wachsen dann kann man auch nicht genug haben vom zuckerer das schon auch gleich nochmal hier anbauen zuckerrohr hin so es wird auch schon wieder dunkel gleich 1 gleich 1 2 2 3 4 3 5 6 So, gut, das Haus kommt dann voran, dann geht die Treppe nach oben, es ist jetzt nicht das schickste Haus der Welt, aber immerhin ein bisschen was, es ist praktisch, ein bisschen. So, eigentlich hätte ich ja gerne noch später einen Keller und dann nehme ich das Richterlaboratorium genau in der Mitte des Sees drin, um das halt zu fluten zu können, falls man mal missbaut beim Zaubern. So, gut, dann würde ich sagen, war es das für heute wieder. Und ich hoffe, man sieht sich wieder, bis dann, tschüss.